Unser Sohn arbeitet in Finnland. Vier Jahre jetzt schon. Ihre Tochter, die wollte unbedingt in Amerika studieren, weil er auch ihre Liebe gewohnt hat. Das ist für Großeltern ziemlich traurig, speziell, da sie wirklich sechs Enkelkinder haben. Aber er ist wirklich kein einziges da. Es gehört immer Weihnachten, bis jetzt auch immer wieder dazu. Immer der Pech, wenn die Kinder im Outland sind, ne? Meine Eltern ahnen überhaupt gar nichts. Our way. Komm mal, komm mal, komm mal. Ach nee. Komm dann hierher. Alles gibt es nicht. Es ist ein Schlaufer. Es ist ein Schlaufer. Es ist ein Schlaufer. Nein, es gibt es nicht. Das kann nicht sein, nee. Es ist ein Schlaufer. Oah. Das ist ein giờsbundetens. Der soll millennials shinieren espaço unatt Kardell damals. Ich bin heute wieder ein Schlaufer. Vielen Dank.